Ich habe gerade das erste Mal Ficken ausprobiert. Und nochmal geil. Jetzt sag ich doch. Hast du mein Cocktailbuch? Ja klar. Seite 24. Sex on the Beach. Ficken on the Beach. Du weißt, was zu tun ist. Oh ja. Eiswürfel. 8 CL Ficken. Plus minus. 4,5 CL Cranberrysappen. 4,5 CL Orangensaft. Und ein bisschen Deko. Brutal geil. Alex.